Der HW-Tech-Podcast Herzlich Willkommen zum HW-Technik-Podcast für alle Hydraulikanwender. Mein Name ist Ralf Kießler und ich bin Senior Specialist für Sales Enablement bei HW Hydraulik. Als Technologieführer bietet HW Hydraulik mechatronische Steuerungen und elektrohydraulische Antriebe, die die Welt der Maschinen und Anlagen in über 70 Branchen effizient und zuverlässig bewegen. Getreu unserem Motto Solutions for a World Under Pressure leistet HW damit einen Beitrag zu nachhaltigen Wirtschaften und energieeffizienten Maschinen. Der HW-Technik-Podcast ist ein Format, um Sie regelmäßig über hydraulische Anwendungen und technische Highlights zu informieren. Außerdem erklären wir Ihnen anhand von Best-Practice-Beispielen aus der Welt der mobilen und industriellen Hydraulik-Insights zu unseren Produkten, die Sie nicht in unseren Broschüren und Datenblättern finden werden. All das und mehr wird Ihnen von unseren Produkt- und Anwendungsexperten erklärt. Folgen Sie uns, um keine Episode zu verpassen. Haben Sie Fragen, Ideen oder Themenvorschläge? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.hw.de Und jetzt wünsche ich viel Spaß. Auf Wiedersehen.